Seid dabei und singt mit Disney Junior und der Garde der Löwen. Wie schnappt sich eine Hyäne ein Zebra? Janja verrät uns das Geheimnis. Streifen, Streifen, uh, Streifen, Streifen. Streifen, Streifen, uh, Streifen, Streifen. Zebras bewirken stets Appetit. Man könnte sie fressen, wenn man sie schon sieht. Aber sie aus der Herde zu reißen, klappt nie drum. Versetzt sie in Panik, dann rennen sie. Auf und davon, Panisch und Blind, womit sie leichte Beute sind. Plötzlich laufen sie Marathon voller Panik. Einfach auf und davon. Streifen, Streifen, uh, Streifen, Streifen. Streifen, Streifen, uh, Streifen, Streifen. Die Zebras kennen wir sehr genau. Zum Glück für uns sind sie nicht allzu schlau. Die Streifen tarnen sie im Schnittengras bloß. Doch ein kleiner Schreck und sie rennen los. Auf und davon, Panisch und Blind, womit sie leichte Beute sind. Plötzlich laufen sie Marathon voller Panik. Einfach auf und davon. Auf und davon, Panisch und Blind, womit sie leichte Beute sind. Plötzlich laufen sie Marathon voller Panik. Einfach auf und davon, auf und davon. Panisch und Blind, womit sie leichte Beute sind. Plötzlich laufen sie Marathon voller Panik. Panik, voller Panik, voller Panik, voller Panik, Panik. Auf und davon. Nicht in Panik geraten. Einfach tief durchatmen und singen. Viel Spaß mit der Garde der Löwen auf Disney Junior. wieder auf DWicche oder L 탈. ARB. . . . . Vielen Dank.